4 Monate 4 Monate hat es gedauert, um aus der traditionsreichen alten Dame aus Berlin die Lachnummer der Liga zu machen. Aus der grauen Maus aus der Bundesliga wurde ein bunter Papagei, der nur einen halben Flügel hat, aber trotzdem überall rum erzählt, wie er den Adlern die Schwanzfedern stutzen will. Hertha steckt mitten drin im Abstiegskampf, spielt den schlechtesten Fußball der Liga und präsentiert sich trotzdem, wie er ein neureicher Schnöseliga-Bänge, der dreimal sitzen geblieben ist und das Geld der Scheinfirma seines Vaters in Mercedes-AMG und Rolex-Uhren investiert. Und die Rolex-Uhren, das ist das Witzige, kommen erst im Sommer aus Frankreich. Nachdem man sich dann im Sommer von Trainerteam Paul Dardai und Rainer Wittmeier getrennt hat, Hertha Legende und Taktik-Fuchs, möchte man seiner Linie treu bleiben und holt Ante Czobic rein. Einer der Hertha liebt und lebt, aber trotzdem vielleicht für den Posten als Bundesliga-Trainer eine etwas zu kleine Nummer ist. Gleichzeitig holt man sich noch einen neuen Investor mit rein, der schädiger ist als Eminem 2000 und beruft ihn in den Aufsichtsrat, wo er sich hinsetzt wie ein Pasha und mit seinen Millionen wedelt, damit auch jeder begreift, der vorher Berlin nicht mal mit dem Arsch angeguckt hat, dass es jetzt bei Hertha was abzugreifen gibt. Über 200 Millionen Euro pumpt Lars Windhorst in den Verein, nur um mit anzusehen, dass man statt um Europa mitzuspielen immer weiter im Sumpf des letzten Tabellendrittels versinkt. Der Höhepunkt des Ganzen, die Niederlage in der alten Försterei. Ein blutleeres Scheißspiel, ohne Ziel oder auch nur ansatzweise einer Idee von einer Philosophie, gepaart mit einer Mannschaft, die vor Angst gelähmt ist und einem Trainer, der nicht mutig genug war, einen ordentlichen Matchplan aufzustellen. Und natürlich, es werden Stimmen laut, Czobic raus. Und was macht man dann, wenn der eigene Trainer, das Trainer-Eigengewächs von Hertha BSC, das Image des neureichen Big City Clubs, nicht weitertragen kann? Jürgen Klinsmann. Richtig, es ist egal, was der in der Vergangenheit geleistet hat, Hauptsache man hat einen großen, schillernden Namen auf der Trainerbank. Rollt den roten Teppich aus, denn Hurricane Windhorst bläst seinen ersten Sturm durchs Olympiastadion. Und dieser passt genau in den Plan des Investors. Utopische Fantasien, große Worte und genau so wenig Identifikation mit dem Klub, dass wenn das Projekt Hertha BSC scheitert oder ins Wanken gerät, er einfach so aus dem Verein aussteigen kann. Auf YouTube gibt es in letzter Zeit eh schon genug Schwachsinn. Leute, die 200 Mal Alge in ihr Mikrofon brüllen und dabei fast kotzen. Beef zwischen YouTubern, die eh schon 5000 Häuser haben und auf einer Insel wohnen. Und Fake Outings mit unfassbarem medialen Backlash. Und trotzdem schafft es Jürgen Klinsmann mit seinen Pressekonferenzen, die idiotischsten Videos auf YouTube zu haben. Die Rede ist vom Big City Club, der in drei bis fünf Jahren um die deutsche Meisterschaft mitspielen soll. Das spannendste Projekt in der Fußballwelt. Allein die Bezeichnung Projekt eines so großen Traditionsvereins ist eine Frechheit und Respektlosigkeit gegenüber der Fankultur, die diesen Verein so lange getragen haben. Der Trainer hat nichtsdestotrotz eine Vision und er spricht sie an. Einigen gefällt es, einigen vielleicht nicht so. Und erstmals haben auch andere Spieler von anderen Vereinen Interesse an Hertha BSC, die gehobenes Bundesliga-Niveau hätten. Und natürlich, Jürgen Klinsmann kann aus den Vollen schöpfen und sucht sich seine Lieblingsspiele aus, die zu seiner Philosophie passen. Es gipfelt also darin, dass man 75 Millionen Euro im Winter-Transferfenster ausgibt, das meiste Geld von allen Vereinen auf der ganzen Welt und natürlich Vereinsinterne und Bundesliga-Rekorde bricht. Und nach vier Spielen in 2020, von denen man 50% verloren und 100% Scheiße gespielt hat, besitzt Jürgen Klinsmann die Dreistigkeit, auf Facebook seinen Rücktritt vom Cheftrainer-Posten bei Hertha BSC bekannt zu geben und das, ohne dass die Vereinsführung irgendwas davon weiß. Und nicht nur das, Lars Windhorst war der Erste, der davon erfuhr. Schon am Montagabend, vor allen Verantwortlichen, wusste Lars Windhorst, der Investor von Jürgen Klinsmanns Rücktritt. Und wenn das wirklich stimmt, dann sind wir gerade nicht nur auf dem Weg, ein Retorten-Club zu werden, sondern sind schon viel schlimmer. Als Hertha-Fan muss ich sagen, ich finde es eine Farce, dass dieser unprofessionelle, respektlose Blender immer noch auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC erlaubt ist und nicht schon lange aus dem Aufsichtsrat rausgeschmissen wurde und seine Mitgliedschaft gekündigt wurde, wenn er überhaupt jemals eine hatte. Hertha BSC ist unter anderem bekannt für herausragende Jugendarbeit. Nur blöd, wenn man auf Jugend scheißt und 24 Millionen Euro für einen Franzosen ausgibt, der erstens gar nicht seinen Klub verlassen darf und zweitens noch gar nicht sicher ist, ob er überhaupt zu Hertha BSC will. Und auch verdiente Spieler wie Salomon Kalou oder André Duda werden vom Hof gejagt, weil sie nicht in die Philosophie passen, wie auch immer diese Philosophie aussehen soll. Das alles zeigt, niemand bei Hertha BSC ist auch nur irgendwie daran interessiert, wie es dem Klub geht oder wie es in Zukunft weitergehen soll. Und die, die daran interessiert sind, zum Beispiel Michael Preetz oder Arne Meier, sind zu schockiert, irgendwas zu machen oder wollen den Klub verlassen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Jürgen Klinsmann hat zusammen mit Lars Windhorst nicht nur seine eigene Karriere beendet, sondern wahrscheinlich auch die von vielen anderen Hertha-Funktionären und Spielern. Über fünf Jahre spielt Salomon Kalou mittlerweile bei Hertha BSC und wird jetzt so behandelt, als wäre sein größter Erfolg ein kleiner Spike in den Trikotverkäufen 2014. Torwarttrainer Zoll Petri, der unter anderem Rune Jahrstein groß gemacht hat, wird entlassen, um an die Köpke reinzuholen, der nach einigen Wochen sowieso wieder weg war. Und als nächstes wird wahrscheinlich Michael Preetz den Verein verlassen müssen. Der einzige in der oberen Riege, der sich noch 100% mit Hertha BSC identifiziert. Aber wie soll ein Geschäftsführersport im Amt bleiben, wenn er auf die Bremse treten muss, während der Investor Vollgas gehen will, wenn sich die Philosophie von einem auf den anderen Tag ändert, obwohl es nur ein Geschäftsmann ist, der das fordert. Und vor allem, wie soll er im Amt bleiben, wenn er durch einen Facebook-Post erfährt, dass sein Cheftrainer abhaut. Hertha BSC steht am Abgrund und es fühlt sich so an, als wäre Lars Windhorst nicht nur bereit, uns von der Clips zu stoßen, sondern uns vorher ins Gesicht zu schießen und am Ende noch zwei Stangen Dynamit hinterherzuschmeißen. Und jeder von euch da draußen, der sich auch nur irgendwie ein bisschen Investorenkohle wünscht, um konkurrenzfähiger zu werden, schaut euch meine Hertha in dieser Saison an und betet, betet mit mir, dass euer Klub irgendwo im Mittelfeld der Tabelle rumdümpelt und nicht so endet wie meine Hertha diese Saison.